drei leute nach da die übertragungsdings habe ich geändert die übertragungsrate er macht das hier eigentlich alles automatisch auf der xbox ihr habt bei twitch noch mal ein bisschen runter gedreht alle weg das wollt ihr nicht sehen ihr 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 so neues match wird gestartet letztes mal haben wir 30 minuten durchgehalten und sind platz fünf geworden mal sehen ob ich diesmal besser oder schlechter liege und es war ziemlich okay in der mitte zu landen aber ich glaube dieser der die verengung der kreis der kleiner wird beschränkt sich nicht nur auf die mitte sondern das kann auch rechts oder links mal passieren oder oben und unten das waren die ewigen ladezeiten hier ok schauen wir mal ich bin in einem team ok in einem russischen team lustig ich versuche mal auf kleine insel oder nicht kleine insel oder nicht ach komm was soll der geist ok hier ist eine brücke ich komme hier also rüber ich weiß gar nicht ob die mich hören können ist das ein panzer und der funktioniert noch da ja nie mit starover die suchen minja Ha ha ha. 2 2 4 5 6 8 8 11 12 13 14 14 Vielen Dank. 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 David wieder da. Tschü Tschü. Toscha Tschü Tschü. Goritsch, Blocher, Panamai, Blocher. Ha, 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 ha. No, 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 no. Okay. Thank you. 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 Yes, mate. Ah, kurzes Spiel. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.